Hallo, ich bin Laura und ich zeige euch heute, wie man Noten liest. Lernt am besten zunächst die C-Dur-Tonleiter. Dafür schreibt ihr sie euch auf einen Zettel. C, D, E, F, G, A, H, C. Diese Tonleiter lernt ihr am besten auswendig, indem ihr sie immer wieder durchlest und euch aufsagt. C, D, E, F, G, A, H, C. Am besten macht ihr das auch rückwärts, sodass ihr sie auch rückwärts könnt. C, H, A, G, F, E, D, C. Das Notensystem besteht aus fünf Notenlinien und die Zwischenräume dazwischen zählen ebenfalls mit. Der Violinschlüssel, auch G-Schlüssel genannt, ist eigentlich nur eine Verzierung um die Note G, die also hier liegt. Wenn wir die C-Dur-Tonleiter auswendig können, können wir nun einfach abzählen. Wir erinnern uns, das G liegt ja hier. Somit ist dieser Ton der nächsthöhere vom G. Wir zählen also, wenn wir den suchen, G, A. Für den nächsten Ton müssen wir etwas weiter zählen. G, A, H, C, D. Dieser Ton liegt nun tiefer als das G. Wir müssen also rückwärts zählen. G, F. Es kann auch vorkommen, dass Noten oberhalb und unterhalb des Notenlinien-Systems liegen. Diese haben dann auch Hilfslinien und wir können mit ihnen genauso verfahren wie mit den anderen. G, F, E, D, C. Und dieser G, A, H, C, D, E, F, G, A, H. Auch hier zählen sowohl Linien als auch Zwischenräume. Mit ein bisschen Übung habt ihr den Dreh schnell raus und könnt ganz bald Noten lesen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.